Du bist immer zu schnell, also muss ich die gleich starten. Ich hau mal drauf. Ihr macht das. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Jungs gegen Mädels hier bei den Hangar Games. Mit dabei, dass die üblichen Verdächtigen, fangen wir mit den Mädels an. Wo sind hier denn alle? Die erste ist die Ria. Uhu. Die zweite, die Sylvia. Hallo. Diesmal vergesse ich es auch nicht. Und die dritte ist die Saskia. Ich seh sie noch gar nicht da hinten. Hallo. Ich hab noch keinen Opti-Feind drauf. So, wen vergesst du? Ja, auf mich. Steffi. Ja, aber er ist kein Mädel, oder? Ja, doch. Okay, das Mädel, was für die Jungsgruppe kämpft, ist der Steffi. Hallo. Dann mach mal mit der Blaze. Hallo. Und meine bescheidene Wenigkeit nennt sich natürlich als letztes. Heute mal ausnahmsweise. Steffi, hast du uns was nicht verraten? Was? Ja, also... Gib mal zu. Jungs, wir werden gewinnen. Gebe nicht zu. Ja, wir gewinnen. Ihr werdet verlieren. Das glaubst auch nur du. Ja, ich wollte gerade sagen, das glaubst auch nur du. Ich hab einen grünen Namen. Ja, und? Äh, ich hab einen grünen Namen. Ich hab einen grünen Namen. Supergrün, supergrün. Wir spielen, wir spielen uns auf Zombie-Server. Nur falls ihr's mal wisst. Einer von den Mädels darf jetzt die IP sagen. HG.Zombford.de Ich hab den Start verpasst, scheiße. Aha. Loll, ich kiss, hat keiner aufgemacht. Ah, schwer drin. Jetzt haut ab, Mädels, haut ab. Ja, ich hab nichts. Habt ihr was, Mädels? Nö. Drei Äpfel. Wow. Ich hab ein paar Schuhe. Hier, Blaze. Hier, Blaze. Ich bewerfe euch mit Romfisch. Mit Gammelfisch. Na, du hast den Fisch gekriegt. Ja, der hat doch immer Gammelfisch. Das ist eigentlich Gammelfisch. Rasa wurde es total komplett ausgerüstet. Du meinst das ja nicht zu fassen, ey. Das macht der Name. Du konntest doch nicht Jesus hauen. Wer hat mich, wer hat mich, wer hat mich, wer hat mich. Ich hab noch keinen Helm, ich hab noch, nur Helm fehlt mir noch, genau. Wo seid ihr? Ich hab noch zwei Brüste für euch, wenn ihr Brüste wollt, kommt her. Oh ja, hier, ich stecke da hinten. Eine Brüste. Noch eine Brüste. Wo seid ihr? Ach, da. Jetzt hab ich noch Schuhe. Schuhe habt ihr, ne? Achso. Nur hab ich, ja. Die bescheißen doch. So, jetzt Mädchen suchen, komm. Jetzt schon? Hallo? Wo ist Rasa wohl hin? Rasa, wofür bist du? Hier, rechts rumgerannt. Wo bist du jetzt? Scheiße, wo seid ihr? Warte, hier, 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 da, okay. Wohin wollt ihr? Ich bin ja auch ein Apfel. Ich bin ja auch ein Apfel. Hau dich doch. Entschuldigung. Ich mach dir vorsichtig gegenseitig. Ich hab ein Schwertet für euch. Wir müssen irgendwie, dann müssen wir Schwerter finden. Jetzt hast du mein Apfelria. Moment. Nein, äh, ich, jeder einen. Ja, ich hab meinen auch. Ui, 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 ui. Du bist doch ein Röschen. Da war ein Röschen. War ich nicht immer nur eine Kiste unter der Brücke oder sowas? Kann das sein? Da, du hast. Was? Das sieht mir aber zu gefährlich aus. Ich bin ein bisschen rechts von euch. Ich hab am See geguckt. Nein, nein, da ist noch ein Lava drin. Da geht's am besten. Ich weiß. Creeperdings, unknown, einfach so was sagt er. Seid ihr die Brücke rüber gegangen? Ja, ich spring grad drüber, ja? Ja. Okay. Ich grau's mir mal den Hügel ab. Mach das. Du und dein Gras. Sicher, dass wir da hinschwimmen sollen? Nein. Na, okay, zurück. Kommt zu uns. Nee, bestimmt nicht. Hast du ne Kiste gefunden oder wer hat hier ne Kiste aufgemacht? Nee, ich hab keine aufgemacht. Ach, schade. Da oben ist einer, der hat nen Helm, ich brauch noch nen Helm, der soll mal herkommen. Willst du ihn ausziehen? Wo ist Lager? Willst du ihn ausziehen? Mach ihn so aus. Der Filze liegen lassen. Jetzt ist er tot. So. Raza räumt auf. Genau, kehr ruhig alle anderen bevor du uns findest. Hast du dann später kein Schwert mehr. Ich hätt ein übriges Goldschwert. Oh, oh, das ist wunderbar. Wo bist du denn? Ich komm wieder zur Brücke. Ach so, okay. Schön, dass er die Kiste für uns leer gemacht hat, dann brauch ich da nicht mehr. Aber ich komm nicht wieder raus. Ja. Hast du wieder ein Loch gefunden, Radha? Wo seid ihr? Ich bin hier. Hinter dir. Los, wir über die Brücke. Mie, brauchst du was zu essen? Ria, wo bist du? Ich bin schon ein bisschen weitergelaufen. Blaise, hast du ne Hose? Ja, in welche Richtung? Äh, nein. Nein, die, wo von dem Wasser wegheizt. Wo... Wegheiz. Weiterheiz. Shit. Wir sollten uns nicht trennen, Mädels, ne? Ich vollglas dir jetzt mal. Wiii. Ich seh dich, Blaise, ich seh dich. Ich riech dich, Blaise, ich riech dich. Das kann gar nicht sein, ich war grad duschen. Mief, du stinkst. Nicht der Blaise. Ich wollt grad sagen, wenn... Ich hab ne Kiste gefunden, jawohl. Ihr Mief riecht nach Romfisch. Wiii. Jetzt hat die neue Startkiste, bin aber trotzdem ausgerösset. Hier, aber riechst ne Hose. Ah, da ist ein... Da... Da... Schwert hast... Schwert hast du ja, ne? Jupp. Holz, Stein oder was hast du da? Holz. Okay. Ich hab so Angst. Ja. Wie sieht's bei den Mädels aus? Wir sind voll ausgerüstet. Ja. Wir haben noch gar nix. Wir haben alle Diamantenschwerter, also nehmt euch einander ab. Ja, gut. Dann nehmen wir die euch mal schnell ab. Wir kommen dabei, ne? Ich bin im Kreis gelaufen. Oder? Kommen sie bekannt vor. Wenn ihr was du essen brauchst, sag Bescheid, ne? Ich hab genug. Na... Ja, nicht ihr. Ich mein mein Team. Nein, ja, ich weiß... Ich mein mein Team. Hättest du das gerade gesehen, dann hättest du auch gelacht. Warum? Was ich gerade gemacht hab. Das hast du denn gemacht? Bin Wasserfall hochgeschwommen, um auf den Block zu kommen und falle auf der anderen Seite vom Block wieder runter. Ganz schlau. Ganz schlau. Ganz schlau. Wo lauf ich grad hin? Ich seh ja überhaupt nichts hier. Ich weiß nicht, wo du hinläufst. Ich glaub, ich wär einfach mal da ja. Hier war ich noch nie. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Au! Oh. Oha. Da geh ich weg. Ich... Ich will da nicht hin. Nein! Ich bin auch weg, bevor der Laufbuck ansetzt. Mää. Tschüss. Das wäre jetzt fatal. Ich mach das. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hanger Games. Mit im Boot sitzen die Sunny. Hallo. Die Ria. Wuhu. Die Sylvia. Wuhu. Und der König. Arrrr, ihr Landratten. Und der Pirat, mein ich. Du hast nur gesagt, wir sitzen in einem Boot. Ja, genau. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Base auch nicht. Base kann auch nicht in die Mitte rennen. Was? Ich aber. Was hast du gesagt? Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Geil. Der Karibik. Ja, genau. Mein Handy hat sich grad abgeschaltet und installiert sich jetzt neu. Wegen so'n Update. Na, super. Schön. Machen wir mal, äh, voten. Die Sonne geht unter. Klöbren kommt hoch. Nee, nicht voten. Sind doch noch nicht so viele drin. Ich hab trotzdem mal voten. Ich hab Angst im Dunkeln. Der Tag geht. Ich liebe Sonnenuntergänger. Johnny Walker kommt. Der schmeckt nicht. Einmal im Kreis drehen. Ähm, ja. Merk schon, du kennst mich noch nicht so, oder? Ach du, wenn du mich mal richtig kennst, dann weißt du auch, dass ich einen kleinen Final hab. Da hinten ist Shane. Soll ich so'n kleiner als? Silvia, ria, ria, Silvia. Sind wir nicht alle ein bisschen blunder? Ja du, vor allem du. Wie, mie, mie, mie. Wie war das? Me, mie, mie, mie. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir rufen mal die Männer mit den weißen Turnschuhen an mit einem Großraumtaxi. Auch krass. Und die nehmen dann den Herrn Blaise mit, den Radamund, die Sonny und vor allem Julia. Ja. Ist geht los. Es war jetzt fast was, wie ich packe meinen Koffer. Super, ich hab zwei Äpfel, dafür bin ich in die Mitte gestürmt, weißt du. Ich hab einen Pfeil. Blaise, du bist du? Ja. Bei mir? Da wo er hingehört. Da hinten seid ihr alle. Achtung, Lava! Aaaaaah! 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 Ich hab in die Lava gestürzt, wow. Au! Au! Es gibt noch keinen Schaden, die Grey Period ist noch nicht endet. Darf ich trotzdem jammern? Wahrscheinlich wenn ich jetzt springe in der Luft, genau. Jetzt! Alles auf! Ich war so klar. Alex von sich! Pilze! Ich hab nämlich ne Schüssel! Yay! Geil! Komm wir schauen auf Trivialis ein. Number 8! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich hab drei Paar Schuhe. In der Doppelschest. Cool. Die sind hier hinten bei den Steinen. Stefan, 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 wie bist du? Seid ihr denn? Ich seh euch nicht. Ich seh auch niemand mehr. Stefan? Ja. Wo bist du hin? Alle sind weg, weg. Keiner wird sie finden. Ich seh euchs bei. Ich bleib mal stehen, Saskia. Siehst du so ein bisschen Wasser? Ja. Wir hauen grad hier auf. Saskia, ich steh drin. Warte, Saskia. Ach, bist du wieder in den komischen Kanikel-Dings da gegangen oder was das sein soll? Shit! Bist du da schon? Gesundheit! Ja. Danke! Moment. So, ich geh wieder da rüber. Da hinten gibt's Kisten. Das weiß ich nicht. Ach, hallo Raza. Ich schaff's. Ich sprang immer nicht. Der ist links von dir. Ach, da kann ich wieder meinen Jump'n'Run machen. Juhu! Ja, hier bin ich jetzt mal über das Wasser gelaufen. Ihr erinnert euch? Was ich gesagt habe? Ich komm da nicht rüber. Wo seid ihr? Du sollst am Rand der Nett auf sich und dann lang gehen, weil da sind auch Schwäßlichsten. Ja, ich spring ja. Hab Schüsseln und einen Bogen. Äh, da oben macht's schon Wert Jump'n'Run. Kannst du mir einen Bogen nehmen? Ich hab' Pfeile. Was? Dann gibst du mir gleich Pfeile. Du kannst mir ja auch da oben nehmen. Nein. Ich sneak mal. Ja, nein. Ich lock' ihn. Sonny, hinterher die Kiste. Mach die auf, wenn du schon da oben bist, Sonny. Cho-choho-chohooko, komm doch runter. Hat das Schwert den da hinter Hand? Ein Stiefel. Der zieht sich grade ne ziemliche Rüstung an. eine Goldhose, eine Lederhose und nen Lederharnich und zwei Pfeile. Ich nehme, ich nehme ne Hose. Ist das auch ne Hose? Ist mir auch Goldhose. Auf der anderen Seite ist noch einer. Stephan lass uns lieber einen. Du musst erstmalem laufen kommen, weil du kannst mir das Gas halten. Du kannst immer mal zum R trabal突er. Ja, Herro! Versuch mal hochzuschmeißen. Was ist miau h Disease-Warte ich rum in die Ecke? sehr gut noch mal ja so ist gut und die pfeile christel auch wenn du morgen hast da habe ich ja ich habe hier noch vier pfeile das aussieht wie die pfeile zu schmecken abgaben hast ja ja ich habe es mal lederschuhe und den und die das stück holen keine hose der schule nämlich auch der map entlang ihr habt ihr kisten abgeholt alle hier oder was habt ihr ein schwert ruhig nehmen du bist du auch ins wasser gesprungen du kommst du hier nicht mal raus doch komm ich ja ein bisschen weiter ein bisschen weiter rausschwimmen da war wieder ja ja aber da kommt er nicht oder ich schon jump und run konnte ich nicht machen da war jemand schneller bei den damen schon ein schwert geworfen habt ihr was im essen alex hast du was ich habe nichts ich habe was zu essen ja das bringt mir gerade nichts willst du denn im wasser wo bist du ich bräuchte auch was zu essen ich bin bei sylvia rubber ist hinten irgendwo wenn du jetzt gerade ausläuft hast du was zum essen stefan einmal quer da durch nö nur einen rohen fisch wer hat mir was zuwerfen jetzt springt die ins wasser anstatt zu warten dass wir wir müssen in den wald da gibt es pilze und ich habe vier schüsseln okay warte mal rosa silvia gibt er genau nein nein geht da mal hier kommen wir hier hier wir brauchen was jetzt haben wir jetzt eigentlich den wald schon komplett abgegrast das sind doch auch immer so viele kisten müssen wir jetzt wieder einen kreis gelaufen hinter dir wie viele leben noch außer uns keine ahnung wahrscheinlich ja so drücker heute mitspielen und hätte jetzt den grauen zu hart peter 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 p Leder, Schuhe und immer noch das Stück Kuhle. Jetzt mal den Schmetter schreckt. Kisse, kisse, kisse! Leer. Die hatte ich gerade. Das war die, die ich gerade hatte. Brother, wo treibst du dich rum? Ich bin bei Sylvia immer wieder, wie immer. Und wo ist Sylvia? Wir sind zusammen im Wald. Ja, wir auch. Hänsel und Gretel felsen. Die felsen sich im Wald. Weil es beim Fluss sind wir. Also ich zumindest. Und auch so bitterkalt. Fluss? Hier sind jetzt mein Redstone-Ding. Redstone-Ding? Ja, hier ist so. Au! Scheiße! Da ist dieser blöde Steffnick. Na toll. Tschüss!